Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freund des gepflegten Klembau-Steinbaus. Heute ist mal wieder Zeit für ein Mock und zwar ist es mal wieder ein älteres deutsches Fahrzeug. Wir haben hier von dem lieben NVK-Mock, ja ich weiß schon wieder NVK-Mock, aber er bringt halt sehr coole Mocks raus, den 2007er Audi RS4. Die Teile dazu habe ich mal wieder vom alternativen Steine-Lieferanten V-Brick bestellt und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Mock. Und ich würde sagen, wir können uns von diesem Steinehaufen hier natürlich nicht viel nehmen. Dementsprechend sehen wir uns jetzt mal wieder bei mir im PC und ich zeige euch zusammen das Mock auf Rebrickable und die Anleitung. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen in meinem PC. Wir sind mal wieder auf Rebrickable beim lieben NVK-Mocks und wir haben hier den Audi RS4 in der 2007er Version. Das ganze Set besteht aus 391 Teilen und dieses Mal ist es auch ein kostenpflichtiges Mock. Die Anleitung müssen wir hier für 5 Euro erwerben. Ich habe sie schon gekauft, deshalb kann ich hier die drei Typen runterladen. Wir haben hier einmal den Audi mit anderen Farben, dann eben den Audi in Grau, wie auch hier gezeigt wird als Anleitung und die Teileliste dazu. Wenn wir jetzt die Teile in Grau von Lego Original bestellen würden, wären wir laut Rebrickable bei 50 Euro. Über den Preis rede ich dann mit euch während des Baus nochmal, was ich dann auf Rebrick plus die 5 Euro der Anleitung bezahlt habe. Die Aufmachung ist natürlich wieder sehr, sehr hochwertig schon von den Bildern. Das kennen wir ja vom lieben NVK-Mocks. Und ich würde sagen, schauen wir uns doch gleich mal die Anleitung an. Diesmal zeige ich euch die Anleitung ein bisschen mehr ausschnitthaft, nicht so komplett in der Fülle, weil natürlich, wenn die Anleitung von NVK-Mocks verkauft wird, möchte ich jetzt auch nicht hier alles im letzten Detail gerade zeigen, denn er hat es auf jeden Fall verdient, auch mal ein bisschen was mit seinen Mocks zu verdienen. Er hat ja auch kostenfreie Mocks und die sind wirklich in den meisten Fällen richtig, richtig cool. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das bei dem Audi auch so sein wird. Hier auch wieder hochwertige Aufmachung direkt. Ihr sehen direkt wieder, es wird hier sehr kleinschrittig gebaut, also auch in dieser Anleitung steckt wieder sehr viel Mühe. Er hat sich auch die Kritik zu Herzen genommen, nimmt nicht mehr einen schwarzen Hintergrund, sondern einen dunkelgrauen Hintergrund. Finde ich immer sehr schön, wenn man dort selber Fehler sieht, die man irgendwo begangen hat und sie eben besser macht nächstes Mal. Insgesamt haben wir bei dem Set 153 Bauschritte und hier haben wir nochmal eine Teileliste. Könnt ihr euch wie immer gerne kurz anhalten, wenn euch das Ganze interessiert, aber auch hier gilt, ihr könnt euch natürlich auch die Teileliste einfach bei Replicable wieder anschauen. Hier haben wir noch ein paar Detailfotos vom echten Vorbild und eben vom Set. Und insgesamt haben wir bei der Anleitung 119 Seiten. Wie gesagt, ich zeige es euch jetzt eher ausschnitthaft. Und was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, die Mock-Nur bei Replicable ist die 128625. Also je nachdem, wie cool dieses Mock hier wird, checkt das Ganze gerne aus, wenn ihr euch auch für deutsche Autos interessiert. Ich bin aber auf jeden Fall jetzt erstmal sehr gespannt auf den Audi. Und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns gleich nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder. Und das erste Mal sehen wir uns schon wieder nach 80 Bauschritten. An den inneren Mock schon mal tut mir wirklich leid, dass du die Steine hier sehen musst. Aber von diesem inneren Mock mal abgesehen, könnt ihr gerne in eure Kommentare schreiben, was ihr generell von der Farbwahl haltet, von diesem dunklen Grau. Ich finde aber dieser dunkle Grau-Farbton passt ziemlich gut zum originalen Vorbild. Mal sehen, wie sich natürlich das Ganze dann auch weiterentwickelt, wenn wir noch die gesamte Karosse gebaut haben. Ansonsten haben wir eben das ganze Heck und die C-Säule hinten gestaltet. Also hier ist wieder der Detailgrad, wirklich, wirklich beeindruckend. Und das ist bei Mocks höchste Qualität. Ansonsten haben wir ja noch die Sitze hier drin. Ist eine an und für sich ganz einfache Konstruktion, aber dass sie gebaut sind, sind schon richtig cool und sie sehen auch gut aus. Die Anleitung ist bis hierhin super verständlich. Es ist richtig viel Arbeit reingeflossen, also dafür einen Daumen hoch. Und was ich auch richtig gut finde, hier war mal ein Bauschritt dabei, wo wir ein Komplex vom Heck gebaut haben und dann nur reingelegt haben und nirgendwo aufgenobbt haben. Und das wurde aber in der Anleitung aufgegriffen und mit einem Hinweistext versehen, dass wir in den nächsten Bauschritten die Konstruktion bauen, die das Ganze dann hält. Da können sich teilweise Hersteller noch eine Scheibe abschneiden, bei denen man sich dann wundert, wie soll das Ganze funktionieren. Und hier hat man eben die Info direkt bekommen und musste deshalb nicht knobeln. Also bisher eine richtig spaßige Anleitung und dementsprechend habe ich bisher auch sehr viel Spaß mit dem Mock gehabt. Ich hoffe natürlich, dass das so bleibt. Dementsprechend baue ich jetzt das Ganze zu Ende und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Mock wieder. Und da ist er auch schon fertig, der Audi RS4 in der 2007er Edition von NVK Mox in diesem grauen Farbton. Ich sage es schon mal vorweg, die Anleitung allerhöchstes Niveau, da hat sich nichts geändert. Der Bau hat weiterhin super viel Spaß gemacht, wie schon im Zwischenbauschritt, den ich euch gezeigt habe. Und das ist mal wieder allerhöchste Mock-Klasse, wie wir das schon von NVK Mox gewohnt sind. Wie ihr das gesehen habt, müssen wir ja für die Anleitung einen kleinen Preis bezahlen. Das ist aber für das, was wir hier geboten bekommen und die Arbeit, die dort drin steckt, richtig, richtig fair. Die Steine habe ich ja von Webricks bestellt, da sind wir bei knapp 17 Euro, dann noch die Anleitung mit 5 Euro dazu und wir sind immer noch unter der neuen Speed Champions UVP von 25 Euro. Natürlich ist es dann kein riesen Schnäppchen mehr, weil man ja auch mit alternativen Steinen hier gebaut hat, wenn man es von Webrick bestellt und nicht mit Original-Lego. Aber es ist auf jeden Fall für das, was man bekommt, noch ein fairer Preis. Die Anleitung bezahlt man ja auch nur einmal und kann das dann in allen möglichen Farben und Varianten bauen. Und hier hat ein Mocker wenigstens für seine Arbeit einen fairen Beitrag mitbekommen. Man muss es immer aus der Warte sehen. Für uns sind es 5 Euro. Wenn der Mocker aber 100 Anleitungen verkauft, hat er zumindest 500 Euro davon. Also wir können mit einem Betrag, der uns nicht so sehr weh tut, die Riesenarbeit, die hinter so einem Mocker steht, wenigstens teilweise vergüten. Wie gesagt, der Bau hat super viel Spaß gemacht, waren schöne Bautechniken dabei, besonders wie wir vorhin das Audi-Logo gebaut haben. Richtig, richtig coole Idee. Und somit kommt auch das gesamte Fahrzeug ohne Sticker aus. Die Front gefällt mir sehr gut, auch hier der Farbton passt wie die Faust aufs Auge. Die Seitenkonstruktion ist komplett gebaut. Dementsprechend können wir hier keine Türen öffnen. Das Dach könnten wir zwar abnehmen, aber im Innenraum habt ihr eigentlich alles Wichtige schon gesehen. Und das Dach ist die einzige Schwachstelle hier im Mock. Deshalb lasse ich es auch mal drauf, denn ich bin ganz froh, dass es hält. Wir haben nämlich unter diesen drei Fliesen hier nur eine 1x4er Plate. Weil eine breitere Plate würde überall irgendwo anstoßen. Wenn wir jetzt aber diese ganzen Fliesen hier nur mit einer 1x4er Plate halten, ist, wenn wir hier drauf drücken, die Gefahr sehr groß, dass die mittlere Fliese weggedrückt wird. Das ist dann ein bisschen nervig, weil dann muss man das gesamte Dach wieder abnehmen und alles nochmal neu bauen. Und die einzige Schwachstelle, die ich im Aussehen zu bemängeln habe, ist zwischen dem Dach und eben dem Anfang des Hecks dieser etwas zu große Spalt hier. Sonst, wie gesagt, absolut top. Das Heck habt ihr ja schon gesehen, passt aber auch sehr gut zum Rest des Fahrzeugs. Ich verstehe nur nicht, warum hinten das Kennzeichen gelb ist und vorne das Kennzeichen in weiß. Also ich hätte zumindest jetzt mit unserem deutschen Background eher beide weiß genommen. Also alles in allem haben wir hier wirklich winzige Kritikpunkte und dafür ein richtig gutes Mock. Ich habe ja bei dem alten BMW die Frage aufgestellt, passen alte deutsche Autos und Speed Champions Mocks zusammen? Dieses Fahrzeug hat es mal wieder bewiesen, ja, das passt richtig, richtig gut. Wenn euch alte Autos und Speed Champions Mocks interessieren, könnt ihr euch auch gerne die Review zum BMW E30 anschauen. Der war auch von NVK Mocks. Super cooler Speed Champions Mock Designer kann ich wie immer nur empfehlen. Und wenn ihr natürlich irgendwelche Mocks schon mal gebaut habt oder gerne von mir vorgestellt haben möchtet, schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Dann schaue ich mir das auch an und eventuell kommt dazu ja dann auch mal eine Review auf dem Kanal. Wenn euch natürlich das Video gefallen hat, dann lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Ich wünsche euch noch einen Wunderschönen Tag.